Servus Freunde des Ballsports. Gestern hat Hansi Flick den DFB-Kader für das Turnier in Katar bekannt gegeben für die WM 2022 im Winter. Einer fehlte und das muss ich sagen für mich auf jeden Fall sehr überraschend, das ist nämlich Mats Hummels. Denn der wurde nicht nominiert, obwohl er bei Borussia Dortmund aktuell zu den absoluten Leistungsträgern zählt und auf jeden Fall auch eigentlich vor den Nominierten Niklas Süle und Nico Schlotterberg spielt. Grund dafür, den nannte Hansi Flick natürlich auch, er sagte, dass man eben mit Bela Kocab die jüngere Alternative mitnehmen möchte. Man möchte ihn quasi schon so ein bisschen an die WM ranführen und da natürlich ihm nicht diesen Druck geben, dass er absoluter Stammspieler sein muss, sondern ihm ein paar Einsatzminuten gönnen und eben nicht auf den älteren, möglicherweise erfahreneren oder auf jeden Fall erfahreneren und möglicherweise eben auch besseren Mats Hummels zu setzen. Das ist auf jeden Fall eine Aussage, kann sich natürlich hier auch im Nachgang auch noch so ein bisschen rächen und gerade auch mit der Nominierung von Lukas Klostermann, so im Hintergrund ist das Ganze für mich auch ein bisschen fragwürdig, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt könnte eben Mats Hummels Konsequenzen ziehen. Er sagt ja bereits auf Instagram, dass es eine der größten Enttäuschungen seiner Karriere ist und das glaube ich ihm aufs Wort. Er hat alles dafür getan, hier mitgenommen zu werden und es hat eben nicht gereicht und jetzt könnte er eben Konsequenzen ziehen. Denn laut der Bild denkt der 34-Jährige bzw. bald 34-Jährige an einen Rücktritt aus dem BDFB-Team und würde sich damit von der Nationalmannschaft zurückziehen. Ja, ich sag mal so, ganz ehrlich, er wird jetzt 34, in zwei Jahren ist eine EM mit 36, glaube ich auch nicht, dass er dann bessere Leistungen bringt als jetzt. Die nächste WM, die schließe ich einfach mal kategorisch aus. Von daher wäre er nur noch für Länderspiele ein Teil der Mannschaft. Ich denke, ein Rücktritt wäre das, was auf jeden Fall der ganzen Karriere in Richtung der Nationalmannschaft gerecht werden würde. Was meint ihr? Gerne eure Mann dazu in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.